Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Pablo Palatsch im Kopf. Aber der ist gerade voll der Pro ey. Auch wenn er sie verdient hat. Ey. Er hat es ja leider nicht verdient, dass er volle Pro Spiele ist ey. Spass, du hast es ja sehr viel verdient ey. Leute, schönes Wochenende. Ja, erstmal hier Yoga machen. Pablo, es kann sein, dass jetzt mein Controller ausgeht, gell? Bitte. Na, er geht mit dir in der Team. Ich bin tot. Na, ich bin tot. Was? Ich hab heute Pablo Schlager einfach irgendwie, dass er stirbt ey. Beste Pro ever. Wo ist er denn da reingekommen? Warte, ich will mit der Kühlschule, Gilly, 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 Gilly. Ich denke, du willst mich lassen. Oh, Spitzhocke, Tigi. Bist du sowas von tot, ne? Das wäre so geil, wenn du die einfach... Es macht Spass, wenn du so verlierst, ne? Du bist so verliert, ey. Schau, schau, du darfst mich... Schau mal, ich gebe dir die Ehre, dass du mich kennen darfst. Vielleicht auch, ich habe es auch anders überlegt. Du bist leider anders überlegt. Ah, 40, 40, 40, 20, 20, 20, 20, 20. Scheiße. Ah, ich habe mich mit der Spitzhocke gekriegt, Leute. Mit der Spitzhocke. Ah, du hast mich mit der Spitzhocke gekriegt. Ah. Du hast mich mit der Spitzhocke gekriegt. Pass, ich gehe jetzt mit dir, mit dir in der Team. Oder so? Nein. Ich komme, ich gehe mit ihm. Tigi! Tigi, wir sind in der Team, okay? Pass, geht du und weine? Komm. Geht einfach mir an. Mann, wieso immer mit dir? Schau, ich habe mich den Sieg. Hä? Wer hat das gemacht? Ich habe einen Sieg. Ich habe einen Sieg. Hast du einen Sieg? Ich habe gesiegt. Der, 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 der. Wieso will er mit dir in der Team sein, ey? Er will immer mit dir in der Team sein. Rot. Geil. Tigi. Ich weiß, wo du reingegangen bist. Du bist in deinem Ding reingegangen, Lila. Deswegen nehme ich mir eine liebe Rebank an. Moll, Digi, schon lange habe ich mich gesehen. Wir sagen, Rot, wo bist du? In Lila, gell? Sag einfach. Du bist so ein Wichser. Ich bin fast tot. Okay. Was? Ah, okay, er ist tot. Ach so, Entschuldigung, Schag. Schag, ich habe... Schag, ich habe zwei Fische für dich. Okay, ich lasse dich. Haha, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich weiß nicht, ich will auch nicht zahlen. Geil! 52, 54. Du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Ich weiß gerade, wo du gerade bist. Leute, ich bin gleich los. 40er B-Brudi, 40. 40. Ich spart die 154-Kopper. Hahaha, ha, 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 ha. Leute, ich bin ein bisschen krank, jetzt muss ich ein bisschen manchmal husten, ne? Ich weiß. Äh, auf jeden Fall feiert ihr Kreativmodus mit... Pablo? Wahrscheinlich nach der Herzschwere wird meine Schule geschlossen. Nach der... Ihre kommen meine Zuschauer. Nach der Herzschwere wird wahrscheinlich meine Schule geschlossen, Zuschauer. Gell? Nur damit ihr das mal wisst. Darf ich bitte... Darf ich bitte den Lutwop? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ein Lille in den Waffen. Bitte. Du bist doch ein Wichser. Und ihr seid noch schlecht. Aber nein, ich probier's halt so. Bitte nicht. Ich versuch' die Kreativmodus zu beobachten. Wo bist du? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich versuch' die Kreativmodus zu beobachten. Die Kreativmodus zu beobachten. Die Kreativmodus zu beobachten. Sorry, Leute. Den haben sie grad noch zu reinlachen. Hu, 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 hu. Warte, ich hab' so, so, hu, hu. Ich tipp' mir so auf mein Hals auf. Ich tipp' mir so auf, gell? So, hu, 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 hu. Jetzt hab' mir so ein bisschen drin. Wo bist du? Na, Kim, ich geh mit dir. Ohne die bin ich scheiße. Ich brauch so möglichst so viele Sachen zum heilen. Geil, Taschenfestung. Ab zu Nummer 3, Kim, Kim, Kim. Ganz leise. Anschleichen. Baust du viel Scheiß. Viel Dank. Was ist da unten drinnen? Sprung, Feld, das nehme ich. Wenn du schon nicht nimmst. Geil, ihr habt zwei Taschenfestungen. Ihr habt zwei Taschenfestungen. Bist du in der kinesischen Mauer? Der steuert den, Digi. Der steuert den. Der... 36, 36. 36, komm. Ihr... Wieso darf ich ihn nicht killen? Ach so, okay, das mache ich das nächste Mal, okay? Darf ich aber mitpflanzen? Okay, danke. Was ist das? Ein kleiner zweites Spiel? Ein kleiner zweites Spiel? Ein kleiner zweites Spiel, Mauder. Ich brauch was. Nein. Wo ist ich reingegangen? In Rot, gell? Ich muss... Ich muss in zwei rein. Ich hab fast kein Leben. Ich hab fast keine Waffen. Zwanzig. Ja, zwanzig. Ja, zwanzig. Zum Beispiel in Tobi Tobi und in Flaxl TV. Wirklich, das ist einfach Flaxl TV. Uh, scheiße. Scheiße. Ja, wieso? Ich versuch grad zur Arm zu gehen, gell? Wo bist du? Hier, warte, ich versuch grad. Ich geh einfach in die mitten. Da hinten ischa, da hinten ischa. Bist du dumm? Rolleifere. Schau. Na. 8, 53, 53, 48. jetzt und hier waren zwei fisches also ihr holen auf jeden fall da findet dann in pflanzen die sonne pflanzen einfach mal hält schon auch dort leute das war's wieder wie ich hoffe hat angefangen plant dafür leute dann alle warten